Aufregung in Hombressen. In dem Hofgeismacher Stadtteil wurde bei einigen Gänsen ein Vogelgrippe-Virus entdeckt. In dem für seine vielen Geflügelzüchter bekannten Dorf wurde deshalb eine Sperrzone eingerichtet. Geflügel darf nicht mehr frei umherlaufen. Wir haben hier in Hombressen Glück im Unglück gehabt, weil es sich um eine nicht so ansteckende Art des Virus Vogelgrippe handelte. Wir müssen aber trotzdem ein Kilometer Radius um den Ursprungsbetrieb ziehen und dort alle anderen Geflügelhalter überprüfen. Nachdem alle Tiere in dem betroffenen Stall getötet wurden, bekommen nun alle übrigen Geflügelzüchter im Ort Besuch von Amtstierärzten. Acht Teams sind unterwegs. Sie entnehmen mit Tupfern Proben aus dem Hals und am anderen Ende des Tieres aus der Kloake, um sie auf Viren untersuchen zu lassen. Die Schutzkleidung dient nicht zum Schutz der Menschen, sondern soll verhindern, dass möglicherweise Erreger von einem Betrieb in den anderen übertragen werden. Ich meine, 783 registrierte Tiere müssen untersucht werden. Die Ärzte gehen ohne Termindruck vor, um Tiere und Besitzer nicht unnötig zu stressen. Anstrengend war die Prozedur dennoch. Wenn die Laborwerte vorliegen, steht fest, ob noch weitere Ställe betroffen sind. Menschen müssen jedenfalls keine Angst vor Ansteckungen haben, hieß es.